einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück zu einem regnerischen sommertag mir fällt gerade auf also immer wenn ich dieses spiel wenn ich dieses spiel stahle dann regnet verloren die gegenstände ok ja wir machen weiter wir müssen ja zwei neue küken immer noch besorgen ich glaube da sind wir stehen geblieben und ja wir laufen kurz in die heimat holen irgendwie lehm oder sowas wir müssen gleich noch mal gucken schuldigung paar bäuerchen ich habe gerade einen großen schluck fanda getrunken ein seltenes gut hier im haushalt leckere geile an da ok schuldigung so ok wir müssen küken besorgen das ist unser hauptaugenmerk am heißt also wir brauchen noch mal opel wir brauchen noch mal eine falle hast du noch eine gebaut oder nicht das ist die frage du hast noch eine gebaut so jetzt war das irgendwie lehm 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 sorry für den krachen hintergrund da kann ich nichts für eine der katzen meint hier gerade aufräumen zu müssen lehm 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 ich weiß nicht mehr was es war kann ich die hier aufbauen und geht die nicht kaputt ok demontieren das sollte jetzt so nicht funktion laufen ähm 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 äh ok ja gut ähm ähm maybe we have a problem a little bit warte mal kann ich das hartwolls nicht alle hier rein schmeißen warte mal ich schmeiß mal ganz kurz das ganze holz hier rein äh so dann dürfte ich doch wieder ok ich darf mich immer noch nicht bewegen äh wie ist denn das jetzt bitte passiert kann ich springen ne ok er macht er macht gar keinen move ähm wir bräuchten bitte zwei neue Truhen Truhen äh große holztruhe äh zwei Stück wie gesagt ich weiß nicht wirklich was gerade passiert ist ähm ich glaube ich hab das falsch abgerissen würde ich mal behaupten ähm hm ja alter Schwede ähm so wir kommen doch der Sache schon näher äh das da würde ich dann tatsächlich da hinten wieder aufbauen meine Falle ist jetzt wieder weg ne so ok wenigstens die Stadt steht wieder ich meine ich hätte sogar noch noch Truhen da hinten drin im Gott Arsch und Sven warum passiert mir sowas immer und immer wieder ich pass halt nicht auf glaube ich ich bin so doof ich bin manchmal einfach nur so doof Mann 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 aber ich meine wir hätten noch zwei Kisten bitte bitte na noch ein Stück noch ein Stück noch ein Stück ok an die da bin ich schon dran na ja oh und wir haben genau noch zwei Stück da ja passt wir gehen erstmal aus dem blöden Regen hier raus genau da und noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück und wir sind da so äh hier war jetzt Mineralien äh so dann können wir hier einmal alles geben ähm ich glaube hier waren noch andere hier waren keine Mineralien drin die Mineralien sind hier drin äh so dann machen wir hier nochmal auf äh dann waren hier Pflanzen drin kann das sein äh das sieht ganz gut aus so und was war denn der letzten da muss ja dann ähm Dingsbums drin gewesen sein oder äh hier Waffen und so weiter da müssten ja dann Waffen und so weiter drin gewesen sein weil ich hab ganz viele Waffen bekommen so ok ja und wie ich gesagt hab meine Falle ist natürlich weg meine Falle ist natürlich weg prima ok wir brauchen eine neue Falle mh eine kleine so die da oben äh ein Stück äh ist kein dickes Seil alles klar mhm 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 äh äh keine Weih ja das stimmt nicht das stimmt nicht also wir haben vieles und Wein Reber ist auf jeden Fall da hundertprozentig den hab ich nämlich grad wieder reingetan da ah ne das sind Fasern äh äh ok dann sollten wir vielleicht mal mit der Sense hier kurz spielen gehen dann sollten wir mal schleunigst hier aber hatte ich das nicht immer auch jemandem im Auftrag gegeben hm so schmeißen wir es einfach direkt da rein dann kann er nämlich damit direkt arbeiten so ähm ich würde dann in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen mehr sammeln davon ah ok ok ähm Wein Reber Reben Re so alles weg damit euch schrecken wollen wir nicht schön dass wir sie befunden haben aber aktuell nicht wirklich zu gebrauchen so so hier oben war noch da hinten war doch ganz viel ne ah guck mal hier da weg damit weg damit alles weg damit alles weg damit alles weg damit was ist das hier abreißen dann weg das kann auch weg sehr schön das wird wieder dunkel es regnet hier aber auch ununterbrochen ne das ist so nervig das ist so fucking nervig hier ist es nur am Pisten in diesem Laden so hast du mal eine Falle gebaut natürlich nicht natürlich nicht warum nicht gut ähm wir gehen nochmal ganz kurz ans Wasser ähm geh mal weg da und suchen uns ein bisschen äh oh 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 die Blümchen sind da wegwerdig oh oh geil okay okay cool ähm wir suchen keinen Stein sondern Lehm wir brauchen Lehm ein bisschen oder ein bisschen mehr so und noch einer und noch einer perfekt dann nehmen wir auch direkt den Stein hier mit okay geil dass die hier schon fast fertig sind oder die einen sogar schon fertig waren könnten wir die direkt neu annehmen warte wir warten auf wir warten auf die andere auf die anderen dass wir dann einen einen großen einen großen Abwasch haben ähm wir sortieren mal ganz kurz hier 15 Kartoffeln ist eigentlich gar nicht so schlecht so was ist jetzt hier kleine Falle wird halt immer noch nichts gemacht ähm ihr fehlt Baumzweig okay alles klar wir holen uns Baumzweig ähm wo ist denn hier Baumzweig ist das nicht hier drin ja Baumzweig da du es nicht machst mach ich es jetzt ich möchte die zwei Küken eben haben dass wir auf jeden Fall Essen haben wir müssen immer noch nach den Rüstungen gucken wir machen halt irgendwie alles gerade nur nicht das was wir eigentlich sollten ne also irgendwie ähm wir sind hier eher Base am bauen als irgendwas anderes am machen aber es macht halt auch einen Heiden Spaß das muss man halt immer dazu sagen äh so Steinholz ich nehme das einfach mal mit ich glaube dann können wir das den Rüst auch wieder reparieren so ähm ja wir düsen los und suchen uns ein paar Küken äh also eins und danach noch eins ich hoffe hier wird es auch irgendwann nochmal aufgehören zu regnen das geht mir dann jetzt langsam wirklich voll auf den Keks hier so ähm war hier oben Getiers ich weiß es halt nicht ich glaube hier oben war ich noch nie oder war ich schon mal hier oben ich glaube nicht oh hi ist hier irgendwas interessant nö ne nö sieht auf jeden Fall nicht danach aus aber man kann hier hochklettern interessant was ist denn da oben ist überhaupt was oben nö einfach nur eine Plattform jetzt möchte ich gerne wissen was da oben ist ich bin neugierig sorry jetzt werden wir gleich bestimmt frecken oder so ah ok da ist zonenrand alles klar da ist zonenrand ok ok gut dann flitzen wir mal zur alten Stelle wo wir letztes Mal auch die die Viecher her hatten vielleicht finden wir da was interessantes ähm ja 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 wir fangen auch wieder an wieder alles zu looten wenn wir schon unterwegs sind weil irgendwie wir haben tatsächlich ziemlich ja ziemlich einen Mangel an an Rohstoffen und wir machen mal ein bisschen das Licht an dass wir hier irgendwas erkennen und ähm sollten wir auf jeden Fall wieder machen einfach auf jeden Fall alles alles was auf dem Weg ist die ganze Zeit eh spammen um alles aufzuheben a gibt es ein bisschen Erfahrung b kriegen wir Rohstoffe a und somit haben wir mehrere Fliegen mit einer Klatsche die mm hier is halt nix ne ok hier habe ich dat alte Küken mal her geholt aber hier is ja gar keine gar nix mehr doch da is Mama Hast du auch noch einen Küken? Ne, da fliegt irgendwas anderes weg. Ich glaube du hast du hast kein kleines. Ne, nur ein Papagei. Nur ein paar Papageien sind hier. Schade. Schade, schade. Also wir looten mal weiter. Wir müssen da in diese Richtung. Und dann schauen wir mal. Was wir denn da so jetzt finden. Verbessert Ernte auf 28. Sehr gut. Sehr gut. Ich sag dir, ich nehme hier einfach alles mit. Vom Rückweg sind wir voll. Hat das Küken in der Hand. Der Inventar voll. Wir können ja gar nichts machen. So, jetzt laufen wir erstmal da zu diesem Spot. Jetzt möchte ich gerne mal wissen, was da liegt. Weil er sagt hier verlorene Gegenstände. Ah ja. Okay. Wir kriegen... Habe ich die eigentlich umgebracht? Nee. U-Tan. Das ist das Tru-Tan. Perfekt. Das ist auch das kleine Tru-Tan. Ich würde das hier gerne hinbauen. So. Null. Du solltest dies in einer Umgebung mit entzündetem Leuchttoy bisschen. Andersfalls wird die... Es ist mir doch real, ob das da fällt. Ich will das ja eigentlich nur einmal benutzen, dass dieses pleite Küken da reinkommt. Wird gebaut. Okay. Kommt das Küken? Put, 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 put. Da kommt Mama-Küken. Hey. Mama. Lass mein Essen in Ruhe. Packst nicht mein Essen an. Es kommt aber näher. Es kommt näher. Mama liegt ja zwar tot direkt daneben, aber es ist ja egal. Hoppala. Das war ich nicht. Ähm. Ähm. Das war ich nicht. Ähm. Okay. Es kommt näher. Es kommt immer näher. Bald ist es meins. Bald ist es meins. Ah, eigentlich mal aufhören. Gehört zu rücken hier. Also, egal. Dann, dann, dann. Noch ein Stückchen. Und noch ein Stückchen. Und noch ein Stückchen. Und noch ein Stückchen. Ja, du hast es fast geschafft. Na. Und. Und. Flup. Nö, noch nicht. Und flupp. Geh fressen. Ja. Ist zugegangen? Ja, ist zugegangen. Es hängt da drin. So. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier hin. Was ist eigentlich hier speichern Daten? Erleuchtung. Oh ja. So, die Mama nehmen wir kurz auseinander. Und dich nehmen wir. Und laufen nach Hause. Achso, kann ich die Falle ja gar nicht mitnehmen. Okay, wir bauen noch eine neue Falle. So, wir laufen also mit dem Küken mal wieder nach Hause. Wir haben es aber auf jeden Fall in der Hand. Es kann es erstmal nicht mehr entlaufen. Jibbi. 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 Sehr schön. Ich freue mich. Kann ich eigentlich irgendwas machen? Nein. Ich kann gar nichts machen. Ich kann nicht sprinten. Ich kann keine Rolle machen. Ich kann gar nichts machen. Eine Rolle mit dem Vieh wäre ja bestimmt super lustig. Okay, ich kann aber noch springen. Das ist doch schon mal was. Ja, cool. Also erste Erste Biest ist da. Fehlt nur noch eins. Eins müssen wir dann noch irgendwo anders her holen. Müssen wir nur mal gucken, wo. Oh, Stein. Ich freue mich. Cool. Vor allem, wenn die zwei jetzt ausgewachsen sind, hatten wir ja gesehen, dass die dann Kinder machen. Und da bin ich auch mal gespannt, wie es dann da weitergeht. Weil, dann steht ja da irgendwas mit automatisch schlachten und so Späße. Aber wir müssen dann noch irgendwas bauen vorher. Tier, 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 irgendwas. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, müssen wir da mal gucken. Aber das wäre ja genau das, was wir eigentlich wollen. So eine kleine Tierzucht, die uns am laufenden Band Fressen geben. Und ich glaube, Hühner sind da gar nicht so schlecht. Ähm, die geben, ähm, Federn, die geben Fleisch und die geben Eier. Ja, vor allem Essen, Fleisch und Eier ist, glaube ich, ganz gut. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, äh, wir springen kurz hier rein. Blup. Okay, wir springen doch, doch. Wir springen hier rein. Wir setzen das vier ab. Ähm. Okay, hier ist einer drin. Ich weiß nicht, wo es ist, aber es ist hier drin. Ähm, damit bin ich zufrieden. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir noch eine Falle bauen könnten. Äh, Falle. Kleine Falle Planung. Ganz weit nach oben. So. Wir bauen die nämlich jetzt kurz zu Ende. Dann haben wir sie nämlich. Und dann können wir auf die Jagd nach dem zweiten Fiesu gehen. Dumm, 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 dumm. So, danke. Stopp. Mehr möchte ich gar nicht. Sobi. Ähm. Ja. Äh, wir gucken mal in diese Richtung. Da waren auch mal welche. Äh, oh. Nee, wir gucken gar nicht mehr. Ich sage, äh, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.